Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Ja, gerne. Komm, setz dich erst mal. Was geht's denn? Ja, ich fahre letzte Woche auf eine Spritztour mit meinem Motorrad. Ja, ich fahre letzte Woche auf eine Spritztour mit meinem Motorrad. Ja, ich fahre letzte Woche auf eine Spritztour mit meinem Motorrad. Ja, ich war die Spritztour mit meinem Motorrad. Ja, ich habe verdad, Herr, ich weiß das珍 . Untertitelung des ZDF für funk, 2017